Woraus wurde Jesus' Haus gebaut? Holz. Das ist ein Ding von San Francisco's Wald, richtig? Hafer. Wer hat schon gedacht? Aus Jerusalem. Ach so, das Leben, ne? Nein, okay. Gut, gut. Ja, ein Tee. Tee? Ja, ja. Was ist ein Keks unter einem Weihnachtsbaum? Essen. Keine Ahnung. Ein schattiges Plätzchen. Na ja, schon mal. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Der ist echt gut, Mann. Wer hat dann im Loch? Nordpoler. Ich wollte mir noch sagen, Nordpoler. Ich schwör, da ist gut. Ich wollte sagen, Nordpoler. Nordpoler. Der ist super. Der war gut. Der war gut. Lies bitte gescheit vor. Ohne Fehl. Ohne Fehl. Wie nennt man einen alten Schneemann? Pütze. Pütze. Pütze ist schlecht. Was ist das? Pütze ist eine Wasserlacke. Der geschmolzen war nicht so schlecht. Hey, ich sag ihm. Was ist seine Wasserlacke? Ich nicht. Warum können Weihnachtsbäume nicht so gut häkeln? Nicht so gut häkeln. 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 Forschen. Nein. Häkeln ist doch Haube häkeln, oder? Weiß ich. Nach einer gewissen Zeit lassen sie immer die Nadel fallen. Und du? Ich werde eher einen Janschi anschauen. Ich muss wirklich Janschi machen. Er vermiert mich sogar. Das war's, oder? Nein, er hat noch einen, oder? Ich habe noch einen. Ja. Ich habe noch einen. Sagt eine Adventskerze zu einer anderen, was machst du heute Abend? Ich gehe aus. Der ist eigentlich nicht so schlecht. Der ist eigentlich nicht so schlecht, aber. Der ist echt nicht so schlecht, aber. Das war's mal wieder komplett. Der ist jetzt mit einem Fetig. Der ist einfach, oder? Der ist einfach Fetig. Der ist einfach gut. Der ist einfach gut. Ja, das war gut. Das sind die Change. Bis zum nächsten Mal.